Konfuzius, 551 bis 479 v. Chr. Konfuzius, auch Kong Fu Tse genannt, wird 551 v. Chr. im chinesischen Fürstentum Lu, im heutigen Shandong, geboren. Er stammt aus dem alten Adelsgeschlecht der Kong. Die Zeit, in die Konfuzius hineingeboren wird, ist sehr unruhig. Der chinesische Feudalstaat zerfällt allmählich und die Großgrundbesitzer machen sich politisch selbstständig. Sie konkurrieren untereinander und dezimieren sich in einer langen Reihe von Schlachten, bis nur noch ein einziger Staat übrig bleibt. Der Staat Qin, der die Grundlage für das spätere Kaiserreich legt und von dem sich der westliche Name China ableitet. Im Alter von drei Jahren verliert Konfuzius seinen Vater und wird von seiner jungen Mutter in ärmlichen Verhältnissen aufgezogen. Er sagt später über sich selbst, in meiner Jugend war ich von niederer Stellung, weshalb ich mich in vielen Dingen auskenne. Zunächst wird Konfuzius in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet. Ab seinem 15. Lebensjahr hat er die Möglichkeit, in Adelsschulen die sogenannten Sechskünste zu erlernen – Tanz, Musik, Bogenschießen, Wagenlenken, Schreiben und Rechnen. Der Junge ist sehr begabt, strebsam und fleißig und eignet sich die Sechskünste bis zur äußersten Perfektion an. Im Alter von 19 Jahren heiratet Konfuzius, im darauffolgenden Jahr kommt sein Sohn Li zur Welt. Über seine später geborene Tochter ist kaum etwas bekannt. Den Lebensunterhalt für seine Familie bestreitet er zunächst durch die Ausübung niederer Ämter, etwa als Aufseher in den öffentlichen Getreidespeichern. Diese Arbeit füllt ihn aber nicht aus. Nichts von seinem enormen Wissen, das er sich während seiner Schulzeit angeeignet hatte, kommt hier zum Einsatz. Deshalb gründet der 21-jährige Konfuzius, 530 v. Chr., seine eigene Schule, in der er seine Schüler, Musik und Dichtung, vor allem aber die ehrwürdigen Riten und die Geschichte der Könige nach dem Shu Jing, dem überlieferten Buch der Urkunden, lehrt. Bei der Auswahl seiner Zöglinge kommt es ihm nicht auf die Herkunft an. Viel wichtiger sind ihm Lernbereitschaft, Ehrgeiz und Fleiß. Wenn man eine Erziehung genießt, dann zählt die Standesherkunft nicht, gilt als einer seiner wichtigsten Leitsätze. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Über 3000 Schüler werden im Laufe der Jahre von Konfuzius unterrichtet. 72 davon erreichen, wie er selbst den Grad der absoluten Perfektion bei der Ausübung der sechs Künste. Konfuzius bildet den größten Teil seiner Schüler zu Hofbeamten aus. Diese müssen nach Ansicht ihres Lehrers loyal und integer sein. Sie dürfen ihre zukünftigen Herren nicht hintergehen, müssen sie aber kritisieren, wenn es nötig ist. Für einen unmoralischen Herrscher zu arbeiten, ist für Konfuzius unvorstellbar. Ein großer Beamter, sagt er, dient dem Fürsten gemäß dem wahren Weg. Ist das nicht möglich, dann quittiert er seinen Dienst. Obwohl Konfuzius für seinen Unterricht kein großes Honorar verlangt und jeder Schüler nur so viel zahlen muß, wie er ohne große Schwierigkeiten selbst aufbringen kann, gelangt er mit der Zeit zu beachtlichem Reichtum. Er trägt prächtige Mandaringewänder und bestickte Seidenmützen. Von seiner früheren Armut ist nichts mehr zu spüren. Für die Natur und ihre Zusammenhänge interessiert sich Konfuzius nicht. Sein Fokus liegt vor allem auf der sozialen Welt, auf der Gesellschaft und ihren Verhaltensmustern. Die Menschenkenntnis, die sich Konfuzius im Lauf der Jahre aneignet, lässt ihn zu erstaunlichen Einsichten und Lebensweisheiten kommen. Ein Edler hat drei Tabus. In der Jugend, wenn die Lebenskraft noch nicht gefestigt ist, liegt das Tabu im Geschlechtstrieb. Wenn er dann erwachsen ist und die Lebenskraft sich stabilisiert hat, liegt das Tabu im Machttrieb. Und im Alter, wenn die Lebenskraft schon zerfallen ist, liegt das Tabu in der Habgier. Doch mit der Vermittlung des richtigen Berufsethos begnügt sich der Meister nicht. Oberstes Lernziel, vor allem für Schüler, die keine offizielle Stelle antreten wollen, ist die Ausbildung zum moralisch einwandfreien Menschen, zum sogenannten Edlen, fähig zur Solidarität und zur Kritik. Selbst dem Lehrer gegenüber darf er nicht zurückhaltend sein. Konfuzius freut sich, wenn seine Schüler auch mal an ihm einen Fehler entdecken. Er hält an den Überlieferungen und alten Traditionen fest und fühlt sich vom Himmel selbst dazu berufen, die alte chinesische Kultur vor dem Untergang zu retten. So kommt es auch, dass er seine Mutter, die 518 v. Chr. stirbt, mit ungewöhnlicher ritueller Hingabe bestattet. Wegen der Erziehung zweier junger Adeliger reist Konfuzius ins Fürstentum der Zhu, genauer gesagt nach Luoyang, um dort auch seine Studien der Musik und der alten Riten zu vervollkommenen. Am Fürstenhof arbeitet er zunächst als Schreiber. Angeblich kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung mit Laoze, der als Bibliothekar angestellt ist. Die Gründerfigur des sogenannten Taoismus, also der Lehre vom Weg der Wahrheit, kritisiert die zentrale Lehre des Konfuzius von Maß und Mitte sowie seine praktischen Weltverbesserungsabsichten durch Erneuerung bzw. Wiederbelebung der alten Traditionen. Die Menschen, von denen ihr redet, höhnt, Laoze, sind mitsamt ihrer Knochen längst vermodert, nur ihre Worte sind noch erhalten. Und zum Abschied gibt ihm Laoze die Warnung mit auf den Weg, wenn ein Mensch von Intelligenz und Durchblick an den Rand des Todes gerät, dann deshalb, weil er gern mit anderen richtet, und wenn ein Mensch mit Redegabe und Bildung in Gefahr gerät, dann deshalb, weil er die Übel anderer offenlegt. Als Sohn und Untertan sollte man sich nicht aufspielen. Konfuzius ist in der Tat ein ehrgeiziger Mensch und will politisch hoch hinaus. Ob ihm das wirklich gelungen ist, kann nicht eindeutig belegt werden. Man nimmt an, dass seine Karriere eher glücklos verlaufen ist. Aber sein eigentlicher Einfluss auf die damalige Zeit geht auch nicht auf seine Stellung im Staat zurück, sondern auf die Anziehungskraft seiner Lehre. Nach langen Reisen durch große Teile des damaligen China kehrt Konfuzius in seine Heimat zurück. Dort hatte sein Fürst seit längerem Streit mit verschiedenen Adelsclans und musste 516 v. Chr. in den Nachbarstadt Chi fliehen. Als gehorsamer Untertan folgt Konfuzius ihm in die Verbannung. Da das öffentliche Arbeiten nun nicht mehr möglich ist, kümmert er sich um die Aufarbeitung alter Urkunden und Zeugnisse. Wahrscheinlich nach dem Tod des Fürsten im Jahre 509 v. Chr. kehrt Konfuzius nach Lu zurück, um ab 501 zunächst Stadtgouverneur von Jungdu, schließlich sogar ab 498 Justizminister des Landes zu werden. Angeblich soll sein bloßer Auftritt die Kriminellen aus ihren Schlupfwinkeln geholt und das Volk zur Rechtschaffenheit veranlasst haben. Seine erfolgreiche Arbeit wird vom Fürst des Staates Chi argwöhnisch verfolgt. Voller Neid über das Aufblühen des Staates Lu schenkt er dem Fürsten von Lu eine Truppe von 80 Sanges und tanzkundigen Mädchen, sowie mehrere schöne Pferde, alles, damit der das Leben genieße. Insgeheim hoffte er, er würde dadurch von den Grundsätzen des Konfuzianismus ablassen. Und die List wirkt. Die Schönheiten nehmen den Hof so sehr in Beschlag, dass keine Zeit mehr für die Politik bleibt. Enttäuscht tritt Konfuzius zurück und verlässt sein Heimatland, um ein 13 Jahre dauerndes Wanderleben in Begleitung einiger Schüler zu beginnen. Von 497 bis 484 vor Christus bereist er zahlreiche Staaten des politisch zersplitterten China. Immer wieder wird er an den Höfen empfangen, findet aber nur wenig Anerkennung. Konfuzius durchwanderte die Welt und nirgendwo hielt es ihn, kommentiert ein chinesischer Philosoph diese Zeit fast 500 Jahre später. Nicht, dass sein geniales Talent nicht in Erscheinung getreten wäre, seine Lehre war zu erhaben und nur schwer in die Praxis umzusetzen. Keiner konnte mit ihm etwas anfangen. So glich er einem großen Baum auf einem Berg. Mehrfach gerät Konfuzius mit seinen Anhängern in Lebensgefahr. In Kuang fällt er beinahe einer Verwechslung zum Opfer. In Song verübt ein Adliger, dessen jüngerer Bruder einer von Konfuzius' Jüngern ist, einen Mordanschlag auf ihn. Die Art des Anschlags erscheint jedoch etwas kurios. Der Adlige fällt den Baum, unter dem Konfuzius und seine Jünger sitzen. Kein Wunder, dass der Mordversuch misslingt. Im Süden Chinas gerät Konfuzius 489 v. Chr. in kriegerische Auseinandersetzungen und verhungert fast. Doch der Gelehrte nimmt die Gefahren gelassen hin. Er ist von seinem göttlichen Auftrag überzeugt. Von der Missachtung seiner Weisheit durch machtbesessene Fürsten enttäuscht, kann er zwar 484 v. Chr. in seiner Heimat Lou zurückkehren, bleibt aber wegen seiner lästigen Moralvorstellungen ohne Amt. Als z. B. der dortige Kanzler ihn fragt, wie er das Räuberwesen unter Kontrolle bekommen könne, antwortet Konfuzius, Wäret ihr nur selber nicht so gierig, dann würde selbst dann nichts gestohlen, wenn man es belohnte. Der Tod seines Sohnes sowie der seines Lieblingsschülers führen dazu, dass Konfuzius' Lebenskraft bricht und er schwer erkrankt. Die Ordnung, vermutlich auch die Kommentierung der alten Überlieferungen, zu denen neben dem Buch der Urkunden auch das Buch der Lieder und das Buch der Wandlungen gehört, ist nun seine Haupttätigkeit bis zu seinem Tod. Als er im Alter von 72 Jahren, im Jahre 479 v. Chr. stirbt, glaubt Konfuzius, dass all seine Bemühungen umsonst gewesen sind und sein Leben ein absoluter Misserfolg war. Seine Schüler trauern um ihn wie um einen Vater. Da es in China zu dieser Zeit üblich ist, dass die Kinder nach dem Tod ihres Vaters drei Jahre lang Trauer tragen, nützen seine Schüler die Zeit, um die Lehren ihres Meisters niederzuschreiben. Aus diesen Sammlungen entsteht später ein heiliger Text. Vermutlich hat Konfuzius selbst nie eigene Schriften verfasst, außer einer kurzen Autobiografie. Als ich 15 war, heißt es da, war mein ganzer Wille auf das Lernen gerichtet. Mit 30 stand ich fest im Leben, mit 40 war ich nicht mehr verwirrt, mit 50 hatte ich den Willen des Himmels erkannt, mit 60 klang meinem Ohr alles angenehm. Mit 70 folgte ich den Wünschen meines Herzens, ohne dabei die Regeln zu brechen. Seine Lehre prägt noch heute Leben und Kultur vieler asiatischer Länder. Und in China ist der Konfuzianismus bis zum Ende des Kaisertums 1912 verbindliche Staatsdoktrin. Zu seinen Lebzeiten waren seine Ansichten sehr unbeliebt. Vor allem sein Credo, dass alle Menschen gleich seien. China war zu dieser Zeit feudal und durch und durch korrupt. Da wundert die Ablehnung seiner Weisheiten nicht im Geringsten. Die zentrale Forderung des Konfuzianismus ist die Moral auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bei genauerem Hinsehen besteht diese Moral aus den fünf konfuzianischen Kardinaltugenden. Der gegenseitigen Liebe, der Rechtschaffenheit, der Weisheit, der Sittlichkeit und der Aufrichtigkeit. Konfuzius ging von drei unumstößlichen Beziehungen aus. Der Unterordnung des Sohnes unter den Vater, des Volkes unter den Herrscher und der Frau unter den Mann. Mit heutigen Vorstellungen von Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung ist das nicht zu vergleichen. Zu Zeiten des weisen Konfuzius waren seine Vorstellungen revolutionär. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 , 2025 Produk donde wurden die Musik vonride unddem域 in Mittelalter die Musik Untertitelung des ZDF, 2020